Komplett woanders. Alles noch? Ah geil. 100. Jetzt hab ich den gebumst, Digga. Der kommt mit Spider-Man zu mir hoch. 30. 60. Im Wasser Spider-Man. Ich geh mit ne Arschbombe. Arschbombe! Yo, Freunde. Willkommen zu eurem Video. Heute gibt's das Video zu der Winstreak. Wir haben es geschafft, in Arena 30 Wins in Trios zu holen, ohne einmal zu verlieren. Zusammen mit Raskology und Magikin lief extremst gut. Damit sind wir jetzt doppelter Weltrekordhalter. Also ich hab's geschafft, die meisten Kills in eine Arena-Runde zu machen. Das war 61. Das ist immer noch Weltrekord. Plus, wir haben es geschafft, 30 Arena-Wins, 30 Runden zu spielen und 30 Runden zu gewinnen. Das ist auch Weltrekord. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert und bis zum nächsten Mal. Er hat die Endspin-Chests gerade geöffnet. Endspin-Chests, ja. Und jetzt noch voll viele. Droppen jetzt alle runter. Ja, es sind echt nur viele. Ich bin runtergefallen. Sie sind irgendwo noch Steps. Ich kann's nicht einschätzen, wo? Ah, hier. Über uns. Oh mein Gott, bei mir zwei. Red. Red. Drei Leute, drei Leute, drei Leute. Die fahren weg. Ne, doch nicht. Wir haben Handschuhe. Wer ist er denn? Oben. Oben der ist 80. Bei dir weg ist Magia. Oma. Red, einer. Mit Handschuhen. Red. Red. Der ist nervig. Einer ist auf Plus. Der fahr halt bei Plus. Hä? Wer ist denn der jetzt? Ey, warum machst du so, Bro? Warum machst du so? Jetzt frag ich mich auf. Nein, Digga. Hä? Ich bin so sauer wie ein Bauer. Mann, ich bin sauer wie ein Bauer. Okay. Ich füge in den Busch rein. Ich bin sauer wie ein Bauer. In den. Mann, der läuft nur weg. Du bist schwann. 60 in den. Mal rein, Rasko. Oh. Ist er maybe dead? Kommt nicht woanders. Ah, geil. Bei mich vorstieg zwei, glaub ich. Ich bin gerest. 100. Red. Digga, hab ich den gebumst, Digga. Der kommt mit Spider-Man zu mir hoch. Wenn du da hast. Komm, bin da. Du hast die Box, du hast die Box. Red. Ja. Oha. Ich komm noch hoch. Sorry. 30. 60. Robox. Robox. Red. 200. Red. Jetzt werden die auch genervt. 100. Hä? Ich bin durchgejobbt. Oh mein Gott. Das war so close. Ich bin so viele. Ah. 22. Weiß. Tod. 140. 140. Ey, ich bin mehr tot. Nice. Der schießt gegen die Boa. Egal. Ich kann nicht editen, Digga. Hast du diesen Kapuzen-Skin? Ja. 100. Digga, der ist bugged in der Cone bei mir. Red. Gott, sieh und Twitch. Niemand folgt dir auf Twitch? Du Loser. Oh mein Gott. 100. 1. Red. Warum? 23. Spaß dran hast. Wenn du nur, damit du fame werden willst, streamst, dann hör auf, dann fang gar nicht erst an, weil anders nach die Motte. Aber, äh, wenn du wirklich Bock hast, dann machst du auch weiter. Ja. Ich sag's, Alter. Er ist mal mit drin, komm. Wenn's nicht läuft. Gefahr angenommen. Nimm ihn, nimm ihn, komm. Kann ich nicht, wenn du drin sitzt. Steig aus. Echt jetzt? Ja, steig aus und dann nicht beam. Instant. Nö. Steig aus. Luka, so lost. Hörst du's bei mir? Ich bin irgendwie ein bisschen müde zu reden oder so. Ja, du hast es so packt, hä. 26er Streak. 70 weit bei mir. Ach man, er ist 75 weit. Hinter dir. Hinter dir. Wohin, wohin, wohin. Wohin, wohin. Wohin, wohin. Hörst du's? Hörst du's? Ja, ich bin ein Go. Und hast du's? Keine Ahnung. Hier oben. Der Außen immer noch bei mir. Guck mal hier, Aras, du kommst zu mir. Ganz viele. 50, 50. Gibt zwei Pumps dabei, du. 100. Wohin, Spie. Dez. Oh, ein Go. Hinter mir. Haut ab mit Seilbahn. Ich bin schon erinnern, da. Die padden weg, die padden weg. Hörst du. Nee, der eine ist nicht weggepaddelt. Der ist ein Macemon. Der ist ein Dummer. Der ist auf Berg bei dir. Ja. Zwei dead. Nur noch der eine bei euch oben. Dead. Und Spie. Dead. Der ist weg. Nice. Alle dead. Geil. Lass den hoch, oder? Geht's hoch. Bei mir ist der Benji-Fishing-Skin, der das richtig nervt. Geht's hoch. Einer dead. Da brauche ich noch einen. Der der ist nicht weg. Geht's nicht bei mir? Einer ist doch noch hier unten bei mir irgendwo. Bei mir? Ich brauche Hilfe. Ich komme. Ich hab die ganze Zeit. Ich hab gar nichts. Dead. 20 Walls. Ich will die Chucks noch fertig. Auf der Brücke. Ja, muss ich ja machen. Jetzt laufen die weg, oder was? Geil. Reiß dich. Das sind die, die ich vorgefallen hab. Weg. Nice. Links drinnen. Jaaa. Den hab ich so zurück controlert. Der ist vorhin nur rausgerannt. Oben auf unserem alten Bild fallen. Da liegt noch ein Spider-Man unten. Keine Hörbots. Oben auf dem. Heit. Geil. Warte mal hin. Machen wir aus. Ich sag hier. Hä? Da kommen wir hier rein. Oben wir. 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 Shock focus Fritzi. Oben wir. Oben wir. Oben wir. Oben wir. Oben. Oben wir. Fokus Fritzi. Nau mal 2-1at. Ich erwarte auch so ne Fritzi. Oben wir. Red Knight 100. Oh mein Gott, es sind wieder 3. Red Knight Crack, 1-Hit. 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 2-Hit. 80 auf 1. Tiger skin 80. Man, wir leben in der Red Knight noch. Dead. 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 Der Red Knight lebt immer noch, oder? Ja, der war wieder 1-Hit. Ah, der ist hier unten. Hier unten im Wasser, im Wasser Spider-Man. Ich gebe ihm eine Arschbombe. Arschbombe! Dead. Geile Arschbombe. Ich bin tot. Ich komme. Er ist ein Crack bei mir, Crack, Crack. Bin da. Mann, das gibt's nicht, komm mit! Dead. Du kleiner, ich gebe ihm halt wieder einen 30er-Hit. Timmy Boy gefunden. 1-2. Ich blieb ihn. 3-Hit. Wenn du ihn wegst, dann kannst du ihn wegfallen. Ich bin ein Schicksil-Ding. 100. Der weiße Super-Adex hat mir ist 100. 100, auf ein Crack, runter! Wir sind da, Peter, was padded. Der Rote. Habt ihr den? Ne. Bugel, bugel! Wo ist denn? Komm zu dir. Auf die Handschuhe, oder? Hier vorne, bei mir. Bei mir? Lol. Ey, der roten lebt neun. Roten lebt neun. Warte. Stehs. Warte. 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 Schießen. Nö, ich abhauen. Ey, wer ist das denn? Nett. 100. 100. Nice. Tschüss. Tschüss. Das ist die 30. 30er Bits für Galserschen. Ist doch verrückt. 16. 8-Ok Christ. Aus, ups als rein! asıtEck Hiya boi! Geist嗅!